ja grüß euch hallo servus hier ganz kurz update zu meinem portofolio eine meiner positionen die ich ja doch ja immerhin wie viel prozent ungefähr ausmacht ich könnte mir kurz mal ausrechnen knapp 44,4 prozent meines portofolios ausmacht also knapp 5 prozent ist in der asa und scheint auch jetzt hat dass er sich sozusagen jetzt gerade hierbei so 30 norwegische kronen ein bisschen ein bild ja ich bin ja schon seit über einem jahr dabei also ich habe zum ersten mal die lase gekauft das war zwischen sechs und sieben zwischen sechs und sieben sechs und sieben norwegische kronen und dann natürlich noch mal bei 16 noch mal nachgekauft hier irgendwo und noch recht zufrieden mit der performance also die so an die 200 bis 300 prozent seitdem noch mal gemacht und ja insgesamt natürlich fährt den plus und der kleine rücklauf hier stößt mich überhaupt nicht bin immer noch im plus stark und werde auch nicht nachkaufen einfach nur halten so jetzt mit der kurze sozusagen update was mich betrifft bezüglich der lase bis zum nächsten mal tschüss und dann